Wenn die Osterfeiertage nahen, lassen die royalen Ostergrüße nicht lange auf sich warten. Das norwegische Königshaus ist in diesem Jahr besonders früh dran und richtet sich schon jetzt mit lieben Worten an die norwegische Bevölkerung. Gemeinsam strahlen Kronprinz Horkon und seine Frau Mette Marit im Rahmen einer Videobotschaft in die Kamera und wünschen allen ein frohes Osterfest. Außerdem grüßt das Paar ein jeden, der sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich im Land engagiert oder auch engagieren möchte. Doch das Highlight des Videos kommt ganz am Ende. Während sich die 48-Jährige und ihr Mann vorher noch mit den Worten abwechseln, schließen sie ihren fröhlichen Ostergruß im Duett ab und tauschen dabei nicht nur verliebte Blicke aus, sondern brechen sogar in ein herzhaftes Lachen aus. Na, bei diesen Aufnahmen sprühen die Funken doch eindeutig wie am ersten Tag. Seit 2001 sind Mette Marit und Harkon verheiratet und bis heute ein unschlagbares Team. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020